Elektro-Chance in Sahnemöser, Ihr Partner für alle Elektroinstallationen. Für Sie erledigen wir sämtliche Elektroarbeiten und wir verwandeln Ihre Träume in komfortablen, zuverlässigen Wohnspaß. Ob Starkstrom, Schwachstrom, Multimedia, Low-Tech oder Hightech, wir sind immer die richtige Wahl. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Wünsche. Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter und Lehrlinge sind jederzeit gerne für Sie da, im Sahnenland, im Simmental, im Beidau und auch anderswo. Wir planen sorgfältig und montieren sauber, wenn Sie neu bauen, umbauen und renovieren. Wir übernehmen auch Reparaturen und Kleinaufträge. Entdecken Sie dank uns die neuesten Trends und Extras. Wir montieren modernste Unterhaltungselektronik, Satellitenanlagen, Beleuchtungen, Alarmanlagen, ferngesteuerte Haustechnik und Bussysteme, Telefon- und Computernetzwerke und wir liefern effiziente Elektrogeräte. Optimales, individuelles Erfüllen der Kundenwünsche steht bei uns im Vordergrund. Wir setzen uns mit Herzblut für Sie ein, ehrlich und kompetent. Bauen heisst im Sahnenland Top-Ansprüche. Hier haben wir grosse Erfahrung geholt für anspruchsvollste Bauten wie Hotels, Chalets, Gewerbebauten, Wellness- und Sportbauten und vielem mehr. Elektro-Chants in Sahnenmöser – Ihr Partner für alle Elektroinstallationen. Ja an öfter Sie, wissen Sie sich, leuter toll치는 Windermitier und Ansprüche. Untertitelung des ZDF, 2020